Aber Hachi war über beide Ohren verliebt. Darfst du ruhig Uschi zu mir sagen. Nein, jetzt nicht. Ursula, Ursula, ich finde dich so wunderbar. Du kannst mich zwar noch unscharf sehen, willst du trotzdem mit mir gehen? Aber, aber ich kann doch nicht. Ein Braunbär? Wahnsinn, richtig. Ja. Es trinkt ein Mensch, es säuft das Pferd. Heute ist es umgekehrt.